Wir sehen hier in einer von Brabus veredelten S-Klasse, dass die Elektronik leider nicht funktioniert. Es gibt verschiedene Controller, um das Fahrzeug letztendlich zu bedienen. Zurzeit versuchen wir, diese Bluetooth-Tastatur, die an ein iPad angeschlossen ist und über ein iPhone zu bedienen ist, mit Hilfe dieser Wireless-Tastatur an diesen Bildschirm anzukonnecten, um letztendlich hier auf den Monitoren unsere Website aufzurufen.